Das Wichtige war, dass wir zu dritt uns pushen konnten, dass du quasi, wenn man es auf Competition sehen will, deinen ärgsten Konkurrenten gleich neben dir hast. Aber trotzdem lernt man voneinander und man steigert sich und dadurch hatten wir relativ schnell ein hohes Niveau erreichen können. Schönen guten Tag, Falk. Hallo, René. A.k.a. Akut. Ja. Wie geht es dir? Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Umstände beziehe ich jetzt ganz tagesaktuell auf Corona. Die Einschläge kommen näher um mich, um uns rum und meine Familie. Und wir hoffen gerade, dass wir da jetzt gut durchkommen. Und ja, davon abgesehen geht es mir gut. Du lebst schon lange in Berlin? Ja, das sind mittlerweile zehn Jahre. Vorher war es München für sechs Jahre und eigentlich Thüringer, ja. Wir sitzen hier in deinem Atelier in Friedrichshain. Ein relativ kleiner Raum, wenn man so sieht, was du so machst. Müsste ein bisschen mehr sein, denke ich. Habe ihm ordentlich zugebaut, aber ist überschaubare Größe. Aber ich habe jetzt einen vier Jahre alten kleinen Sohn. Und von daher haben wir eine Wohnung gesucht, die in der Wohnung die Räumlichkeiten zulässt. Das ist ja eine Masonette-Wohnung. Und die untere Etage ist meine Atelieretage. Und lässt mir einfach andere Möglichkeiten zu. Ich kenne es aus der München-Zeit, dass man irgendwie auch gerne mal in Rushhour irgendwie eine Stunde früh, eine Stunde abends vom Atelier hin und zurück macht. Und das ist eine Sache, die ich gerade in meinem Leben nicht brauche. Ich würde mit dir gerne erstmal einsteigen. Also zum einen gibt es den Punkt, dass ich schon lange mit dir sprechen wollte im Podcast. Zum anderen haben wir jetzt einen Anlass gefunden, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und das ist Insight. Das ist ja wieder, und das zieht sich ja schon durch deine komplette Biografie, eine Kollaborationsarbeit. Diesmal mit vielen Künstlern und Künstlerinnen. Was ist für dich das Besondere an Kollaborationen? Warum kollaborierst du so gern? Also für mich ist Graffiti oder was auch immer für einen Namen der ganzen Geschichte jetzt geben will, immer schon Unity, immer schon irgendwie Austausch und Zusammenarbeit mit anderen. Ob das jetzt so die ersten paar Jungs ist, mit denen man irgendwie in der Kleinstadt angefangen hat zu malen oder die Crews, mit denen man irgendwie um die Welt gereist ist. Es ist immer irgendwie das Miteinander was entwerfen. Und das Konzept, dass allein zwei Köpfe mehr Ergebnis rausbringen oder vier Hände mehr zustande bringen, ist ja eigentlich ein logischer mathematischer Ansatz. Und das hat auch jetzt für den Ansatz von der Insight-Serie, die ja eigentlich als Fotoserie zu sehen ist, nicht einen direkten Zusammenhang, aber in der Weiterführung, auf die wir ja auch gleich noch kommen werden. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich primär fotorealistisch arbeite. Und das jetzt seit geraumer Zeit. Ich habe 1991 angefangen zu malen. Recht schnell habe ich angefangen, figürlich zu malen. Und um meinen Illustrationsfiguren damals, meinen Comic-Charactern Leben zu geben, habe ich mich mit der Studie des Realismus, der Natur irgendwie auseinandergesetzt. Und das ist ja eigentlich das, was wir jetzt so als Maclean-Phase kennen, so ungefähr. Also da haben wir ja irgendwie dem Realismus mal einen hohen Fokus gegeben. Und in Verbindung der Crew-Konstellation mit auch dem Graffiti-Style-Anteil ist das ja zu dieser uniken, relativ wichtigen Bildsprache geworden. Genau. Und was jetzt diese Fotoserie angeht, also wie gesagt, ich bin zum Fotografen geworden. Genau, das würde ich vielleicht nochmal mit erwähnen. Du bist ja nicht nur, in Anführungsstrichen, Graffiti-Brührkünstler, sondern du bist ja auch Fotograf, ne? Ja, um fotorealistisch malen zu können, da steht und fällt die Qualität ja mit der Fotovorlage. Beziehungsweise brauchst du Referenzmaterial, um deine Arbeiten machen zu können. Und da ist es ja wichtig, die Toolbox des Fotografen zu beherrschen, um irgendwie maximalen Einfluss auf dein Motiv zu bekommen. Das ist ja quasi die Sketch-Phase. Darauf basiert ja das, was du machst. Und mein Skill-Level, mein Können in der Fotografie hat sich einfach technisch sehr stark bereichert, um irgendwie Arbeiten vernünftig abzulichten, vernünftige Vorlagen zu erstellen. Und irgendwann kam ich an den Punkt, sowohl McClaim als auch die Herakut-Projekte waren ja sehr reiseintensiv. Wir waren auf Festivals, wir haben zu Meetings, wir haben so viele Künstler auf der ganzen Welt kennengelernt und getroffen. Und da hat sich dann für mich irgendwann die Frage gestellt, so okay, ich bin hier als Künstler, aber ich bin auch als Maler und ich bin auch als Fotograf hier. Wie kriege ich das zusammen? Bisher kannte ich es als teilnehmender Künstler, dass mich die Fotografen von dort irgendwie vor meine Leinwand, vor meine Wand gestellt haben und mich fotografiert haben. Aber genau das habe ich für mich als nicht notwendig gesehen, weil das ist ja ein Weg, der irgendwie tausendfach begangen wird und der auch seine Legitimation hat. Aber ich wollte was anderes. Ich bin ja auch primär Porträt-Künstler, Porträtmaler. Darum dachte ich, okay, dann gehen wir aufs Gesicht. Wie kriege ich Arbeiten und Gesicht zusammen? Und der einfachste Weg, den ich gewählt habe und den ich jetzt in dieser Ausstellung zeige, ist bis jetzt 80 Porträtarbeiten, Fotografien, in dem ich quasi den Künstlern die eigene Arbeit als Textur aufs Gesicht projiziert habe und sie damit abgelichtet habe. Die einzige Lichtquelle ist der Projektor. Man sieht ein Porträt auf schwarzem Grund und der Künstler trägt seine eigene Arbeit auf seinem Gesicht. Es gibt ja den Ansatz, dass man an den Gesichtspalten oder an der Oberfläche des Gesichtes ablesen kann, wie jemand sein Leben führt. Und ich habe quasi die Ebene der Passion drüber gelegt. Und das ist die Hauptarbeit in dieser Ausstellung, dieser Insights-Serie, dass ich eben entsprechend diese 80 Arbeiten dort zeige. Das ist eine ongoing Serie und ich habe noch eine Menge Künstler auf dem Schirm und das wird fleißig weitergehen. Also du verbindest quasi Porträtfotografie mit Kunst, wobei Fotografie auch Kunst ist. Genau, genau. Eben habe ich mich auch gerade schon berichtigt. Sicherlich ist Fotografie eine Kunst und für mich, der primär als Maler arbeitet, für mich ist das Feld der Fotografie noch ein spezielleres, vor dem ich sehr, sehr hohen Respekt habe. Weil ich einfach denke, dass man entsprechend genauso wie in der Malerei seine eigene Note, seine eigene Bildsprache, seine eigene Stimme da drin finden muss. Und da hatte ich Respekt bis Angst vor, irgendwie selber als Fotograf auszutreten. Ich habe jetzt aber in der Zeit gesehen, dass mein Ansatz, mein konzeptionelles Denken, was in der Malerei steckt, ihren Weg in die Fotografie gefunden hat. Und auch die Energie, die in der Leinwand steckt, versuche ich durch den seriellen Aspekt der Fotografie da reinzubringen. Und dadurch gerade arbeite ich sehr stark in Serien. Ja. Und bin froh, dass ich jetzt so als Zeitprojekt auf so eine hohe Anzahl von Künstlerportraits blicken kann. Wie viele Portraits sind da entstanden insgesamt? Der Ansatz ist, als ich mit der Serie angefangen habe, habe ich irgendwann geschaut, welche Künstler sind denn jetzt noch auf dem Festival in Sao Paulo oder in whatever. Und habe mir quasi rausgesucht, wer dafür in Frage kommt, welchen Künstler ich toll finde. Und habe mir Arbeitsproben von denen, die meiner Meinung nach typische sind, oder die quasi zu dem Zeitpunkt den Künstler am besten widerspiegeln und auch für diese Art von Projektion am besten geeignet sind, rausgesucht. Habe die Dateien vorbereitet. Und ich habe immer so einen kleinen Projektor, so groß wie eine Kippen-Bigbox, in meinem Reisekopf gehabt und habe versucht, vor Ort mir ein Setting zu bauen, dunklen Hintergrund, dunkler Raum, dass der Projektor mit den Arbeiten des Künstlers quasi die einzige Lichtquelle ist. Und habe dann meistens pro Künstler 10, 15 Aufnahmen mir gesucht und habe die dann auf sein Gesicht projiziert, habe ihn gebeten, die Augen zu schließen und habe quasi eigentlich das Gesicht zur Leinwand gemacht und Details aus seinen Arbeiten rausgesucht, die irgendwie mit dem Gesicht harmonieren. Ist sehr schwer vorher zu kalkulieren. Es sind einfach Faktoren, die da zusammenkommen. Farbintensität und überhaupt die Gesichtsphysiognomie spielt ja eine Rolle damit rein. Und ja, tatsächlich ist es eine interessante, bunte Mischung vor allem geworden. Es ist sehr farbintensiv. Wahrscheinlich auch durch diesen schwarzen Umrahmungen, dass es ja wirklich nur die Farbe ist und die Form auf dem Gesicht. Ich denke, der Ansatz, natürlich habe ich mich jedem der Künstlerkollegen mit irgendwie Beispielbildern genähert und ich habe bisher kein Nein bekommen. Jeder, der das gesehen hat, hatte da auch Bock drauf gehabt. Und ich denke, es ist auch was anderes, von Künstlerkollege zu Künstlerkollege irgendwie sowas irgendwie zu machen, als außenstehender Fotograf da hinzukommen. Du hast mir auch gesagt am Telefon im Vorgespräch, dass schon eine größere Gruppe von Menschen das nicht verstanden hat, das Prinzip, die Idee. Ja, die Ausstellung war zum einen der Anlass, diese Arbeiten zu zeigen. Dann ging es aber auch weiter, dass ich gedacht habe, okay, wie kriege ich das jetzt noch in den Maler-Kontext wieder rein? Was mich, um die Sache noch komplizierter zu machen, dazu gebracht hat, mit Künstlern auf Leinwänden zu kollaborieren. Beispielsweise habe ich mir von der Mad-Sea, die ich dazu eingeladen habe, eine Leinwand geben lassen, in dem für mich geeigneten 1 Meter mal 70 Zentimeter Größen, sie eine freie Mad-Sea-Arbeit machen zu lassen. Ich habe ein Foto von ihr genommen und habe das über ihre Leinwand drüber gemalt. Okay. Was es jetzt kompliziert macht, weil jetzt kann man die beiden Serien kaum noch auseinanderhalten. Also das, was es da in Heidelberg zu sehen gibt, sind komplexe Arbeiten, die nicht vergleichbar vom formalen Resultat sind, aber auf unterschiedlichen Wegen entstanden sind. Aber ein schönes Ergebnis, finde ich. Ja, ich bin sehr begeistert. Das ist zum einen das Vertrauen, dass man irgendwie ein Original, also ich hatte irgendwie, die haben ja auch ihren Marktwert, so eine Leinwand. Gerade Leinwände, die haben ja eigentlich einen anderen Verwendungszweck. Also man, hier im Raum hatte ich halt fertige Originale von hochpreisigen Künstlern stehen und hatte dann einen Moment, okay, jetzt fange ich an, das zu übermalen. Was interessant, was auch mit mir was macht. Aber ja, das musste ich ausblenden und einfach loslegen, ja. Was fasziniert dich so am Porträtmalen, an Gesichtern allgemein? Irgendwas muss es ja sein, ne? Es gibt eine gewisse Faszination bei dir, das merkt man. Also Fokus ist schon das Auge, was auch so als Tür zur Seele verstanden wird. Das ist eine Sache, die ich einfach mag zu malen, die mir, in der ich einfach in den Jahrzehnten, die ich male, einfach eine gewisse Fertigkeit entwickelt habe, die dazu führt, dass ich denke, ich bin da gut drin. Nicht, dass ich irgendwie was leicht aus dem Ärmel schüttle. Jedes Bild, was ich male, ist ein Kampf für mich. Also jedes Augenpaar, ich habe da kein Rezept, ich muss es immer neu erfinden. Und das ist einfach ein jahrelanges, jahrzehntelanges Abarbeiten an einem Thema. Und das ist das Porträt, primär Fokus auf den Blick. Und da versuche ich zu schauen, wie weit kann ich, welche Spielarten kann ich damit gehen? Aber es gibt halt auch immer eine Idee hinter dem, was du da machst, ne? Es ist nicht nur das Porträt, das reine. Man kennt das zum Beispiel auch bei dir aus der Fotografie, Upside Down, Jordanien, die Kids damals, ne? Du hast die ja nicht einfach fotografiert, sondern du hast die halt verkehrt herum fotografiert, um, das kannst du vielleicht auch nochmal selber erklären. Genau, das ist immer an irgendeinem Inhalt gebunden. Diese Serie, von der du gerade sprichst, Upside Down, ist auch ganz einfach entstanden. Wir sind damals mehrere Künstler eingeladen worden nach Sateri, dem größten syrischen Flüchtlingslager in der Wüste Jordaniens, um dort quasi mit Kunsttherapeuten und Kindern in diesem Camp, ja, zu malen, Kunstworkshops zu machen. Das ist das größte, zweitgrößte Flüchtlingslager der Welt gewesen damals. Ja, ja, ja. Und schlimmer Anblick von diesen 80.000 Menschen, die zu dem Zeitpunkt da gelebt haben, sind halbwegs die Hälfte davon Kinder. Und allein dort zu sein, ist ein unglaublicher Anblick. Dort zwischen Zelten und Container in so einer beigen Wüste siehst du auch nur diese Kinder. Weil die Erwachsenen in ihren Einrichtungen sind und das hat eine ganz komische Ästhetik. Als wir eingeladen wurden, habe ich mit unserem Gastgeber, Samantha Robeson von AptArt, Awareness and Prevention Through Art, mit der wir viele dieser Projekte gemacht haben, habe ich sie gefragt, wie ist denn die Welt für die Kinder da? Und sie meinte, Upside Down. Und das habe ich auch gleich zum Thema gemacht. Und tatsächlich ist diese Metapher, da sind auch weit über 100 Porträts entstanden, nicht nur in dem Lager, sondern auch in verschiedenen anderen Lagern, im Bethlehem, im Gaza-Streifen habe ich irgendwie Workshops mit Kindern gemacht, in Erstaufnahmestelle in München, Bayern-Kaserne und solche Geschichten auch hier in Potsdam, habe ich die Kinder auf den Spielplatz gebeten, so als kleine Seitbeschäftigung neben den Workshops, die wir mit denen gemacht haben und habe sie von, meistens waren es Child-Friendly Spaces, habe sie runterhängen lassen von den Klettergerüsten und habe sie umgekehrt fotografiert. Immer noch mit einer Lichtquelle vom Boden aus, dass beim Umdrehen, also beim richtigen Zeigen der Porträts, das Licht, das ein authentisches ist, was auch einem normalen Porträt entsprechen würde. Was du aber siehst, sind so kleine Distortions, kleine Verzerrungen im Gesicht, was halt passiert, wenn du dich andersrum aufhimmst. Bei den Mädchen stehen die Haare zu Berge, bei den Jungs sind es vielleicht manchmal nur so die Senkel aus dem Kapuzen-Shirt oder die Zipper oder was auch immer. Und diese leichte Verzerrung von diesen normal guckenden Kinderporträts ist auch schon eine gute Metapher, eine gute Referenz für das. Also für die Kinder, die ich dort erlebt habe, war die Welt okay. Für Kinder ist es für eine Zeit lang okay, auch außerhalb ihres Landes, ihrer Stadt irgendwie, sich mit anderen Kindern auszutauschen, zu spielen. Aber auf Dauer ist es ungesund, genau wie mit dem Kopf über irgendwo runterhängen. Das ist spaßig für einen Moment, aber auf Dauer schadet es dir. Und genau das zeigt diese Serie. Ich gucke hier gerade auf den Zettel neben mir. Genau, 2015 hatte ich zum ersten Mal den Moment, wo ich diese Serie neben anderen Arbeiten von mir in Portland, Oregon gezeigt hatte, also quasi eine Fotografie-Einzelausstellung hatte und parallel am selben Tag eine Herakute-Ausstellung in Rom war. Das war so der Moment, in dem Jahr habe ich gemerkt, dass die Fotografie ist ein wichtiger Bestandteil von mir, der jetzt nicht nur noch ein Side-Ding ist. Interessant, dass du das sagst, wusste ich auch noch nicht. Also ich habe mich mit einer Biografie schon beschäftigt, aber dass es diesen Moment gab, mit zwei Ausstellungen auf einmal, das wusste ich gar nicht. Es war auf alle Fälle, hat meine Wahrnehmung geprägt, dass ich auch Fotograf bin. Ich hatte auch schon auf mehreren Events, man trifft ja bei Graffiti-Street-Art-Events oft auch Fotografen, die die ganze Geschichte dokumentieren oder irgendwie Bock drauf haben, das zu fotografieren, kommt man ja auch im Dialog und spricht mit Fotografen. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Ansätze, das sind jetzt ja nur zwei Serien, über die wir gerade sprechen, dass meine Ansätze in der Fotografie durchaus von der Malerei geprägt sind und deswegen auch einen anderen inhaltlichen Umgang haben, als das vielleicht eine Vielzahl der Fotografen in ihren Arbeiten reinbringen, also ohne Fotografen was abzusprechen. Aber da habe ich gemerkt, ich habe eine Art zu fotografieren, die eine andere ist. Lass uns mal kurz zurückspulen. Du hast 1991 angefangen mit Graffiti und hast dann so in den Folgejahren bis 1995, 1996 den klassischen Graffiti-Weg eingeschlagen, den viele eingeschlagen haben in der Zeit. Ja, richtig. Ich komme aus einer Kleinstadt in Thüringen, Schmalkalden, 17.000 Einwohner, auch recht weit weg von jeglicher Großstadt. Schöne Stadt. Schöne Stadt, genau. Schön gelegen auch. Schön idyllisch und angefangen habe ich, einfach weil die großen Jungs, die das dort gemacht haben, auch überschaubarer Masse von Malern, weil ich die cool fand und das auch machen wollte. Also es gab einen Schmalkalden, jemanden, der schon gesprüht hat vor dir, ja? Genau, genau. Okay. Und das wollte ich auch machen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keine Ahnung, was Graffiti ist. Ich wusste, es geht um Schrift, es geht um Figuren. Ich habe mich aber gleich für Figuren entschieden. Und von daher musste ich irgendwann feststellen, dass es ja gar kein Graffiti ist, was ich mache. Aber für bestimmt ein gutes Jahrzehnt war für mich Graffiti meine Familie und mein Zuhause. Und wie gesagt, ohne zu wissen, was es ist, sind diese ganzen Graffiti-Dogmen, die wichtig für die Entwicklung und für die Szene sind, an mir vorbeigegangen. Ich konnte irgendwie mich mit den paar Jungs, mit denen ich angefangen habe zu malen, auf das konzentrieren, was ich mache. Wir konnten uns das selber beibringen. Ich meine, das ist eine Zeit vor Internet gewesen. Da unten sind irgendwie gerade so mit Mühe schwarz-weiß Graffiti-Magazine irgendwann mal gelandet. Hat Hip-Hop eine Rolle gespielt? Hip-Hop hat eine große Rolle gespielt. Wir sind dort irgendwie im Umfeld von so einem Jugendhaus, Villa K., haben wir angefangen zu malen, haben unsere ersten Schritte gemacht dort. Und da waren DJs, da waren Rapper, da war ein gesundes Hip-Hop-Umfeld. Aus Metropolensicht wahrscheinlich süß, um es vorsichtig zu formulieren. Trotzdem haben sich daraus Karrieren entwickelt. Case ist ja auch von da. Und der ist ja auch irgendwie eine gestandene Kunstpersönlichkeit mittlerweile. Und auch aus dem musikalischen Umfeld sind da Leute raus hervorgegangen. Schmal Kalten liegt, um das mal kurz zu verorten, in der Nähe oder nicht weit weg von Erfurt und Weimar, ne? Genau, Erfurt ist die Thüringer Landeshauptstadt. Das ist so die große nächste Metropole. Das heißt, die Verbindung zu den beiden Städten, die war bei euch ja dann da, ne? Hat gedauert, hat gedauert. Die ersten Jahre gingen es eher in die andere geografische Richtung, in die nächsten westdeutschen Städte. Ach echt, ja? Wo Graffiti dann auch irgendwie schon, ja, logischerweise älter ist. Was ist das dann gewesen? Hof oder? Bei Schweinfurt waren wir auf Jams oder in so einer Richtung Fulda. Ja, ja. Genau, in so einer Richtung haben wir geguckt. Und da sind wir, nachdem wir in Schmalkalm, so in unserem Surrounding schon eine Weile gemalt haben, auf eine ganz andere Art von Kultur gestoßen. Die ja viel amerikanischer geprägt war, als das, was wir da irgendwie quasi bei uns kennengelernt haben. Und da waren schon die, wenn sich da die dicken Daunenjacken rechts, links geküsst haben, das war für uns schon irgendwie Code aus einer Kultur, die wir nicht kannten. Also auch ganz exotisch für uns und neu. Und auch bei diesen ersten Kontakten mit so einer Szene haben wir festgestellt, dass das, was wir machen, das figürliche Malen, das, was ich mache, jetzt nicht Graffiti ist im herkömmlichen Sinne, sondern was anderes. Und da haben wir eine Weile mit der Ablehnung der Szene zu tun gehabt. Also das haben auch nicht viele gut gefunden am Anfang, dass das keine Buchstaben sind. Aber wenn man sowas schon ein paar Jahre für sich macht, sieht man, kann man solche Ansätze relativieren. Also es hat mich wenig interessiert. War das Kritik oder war das kein Ernstnehmen? Eher kein Ernstnehmen, oder? Beides. Ihr habt hier auf der Jam nichts zu suchen, das ist kein Graffiti. Also ihr müsst ja nicht malen, was soll das? Ja, was habt ihr denn da gemalt? Was waren denn das? Figuren, keine Ahnung. Ich meine, wenn man so den Weg hierher als Lernphase sehen möchte, war das ja eine ganz frühe Lernphase. Und das waren dann irgendwie auch B-Boy-Motive oder Comic-Character irgendwie aus dem Hip-Hop. Okay. Und das wurde abgelehnt? Wurde anfangs abgelehnt. Und dann kam so der Punkt, wo die Akzeptanz des schmückenden Beiwerks, was ja damals das Figürliche war, okay war. Nichtsdestotrotz waren aus dem Thüringer Umfeld, kamen für diese ganzen former Claim und anfangs former Claim-Zeiten auch nicht das beste Feedback. Also auch da ging es mehr, das ist nicht irgendwie real, das ist nicht das, was Graffiti ist. Bis dann irgendwann, ich kriege den Moment gar nicht richtig zusammen, es umgeschlagen hat und du aus jemandem, der nicht kopiert hat, zu jemandem geworden bist, der ein Original ist. Was waren denn die großen Namen damals? THC, oder? 25. Waren das so die großen Namen in Erdnachtweimer, die Ecke, ja, oder? Genau, MFS aus Jena, genau. Jena war auch eine brillante Stadt, was so Kunst aus dem Genre angeht. Ja. Genau, der ja auch sich im sächsischen Raum da irgendwie einiges gestemmt hat und auch ein brillanter Künstler, auch Vorbild für mich war. Ja, und gerade aus Jena kamen schon so die klaren Statements, dass das irgendwie nichts ist, was eine künstlerische Berechtigung hat, was wir machen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, oder? Ich habe das ja öfter mal in Podcasts, dass Leute mit mir reden und sagen, ich habe dies und ich habe das gemacht und das wurde abgelehnt. Ja. Also gerade eben, wenn es um Figuren und so weiter geht, das ist ja immer gern gesehen, wenn jemand mal ausbricht aus diesem Buchstaben, Style-Writing. Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt war ja irgendwie die Figur maximal ein schmückendes Seitding neben dem Style. Vielleicht mal ein Buchstaben ersetzt mit einem Comic-Charakter, aber da waren Figuren ja mehr so denselben Stellenwert wie ein bunter Hintergrund gehabt. Und das war dann auch das Interesse, warum Leute mit uns kollaboriert haben, damit sie einen bunten Hintergrund kriegen, dass sie irgendwie nochmal ihren Style-Surrounding aufgehübscht bekommen. Und als wir dann irgendwie angefangen haben, Maclaine zu malen, war die Gewichtung zwischen Schrift und Style und Figuralen ja schon eine ganz andere. Weil einfach drei Leute irgendwie figürlich, fotorealistisch gemalt haben und eine Schrift gemalt hat. Aber um dich mal kurz zu unterbrechen, bevor wir über Maclaine reden, ich habe da noch so ein paar Trains und so ein paar End-to-Ends im Kopf, wo ihr mit dabei wart, damals okay, ist du, ne? Das sah aber auch noch nicht nach Maclaine aus. Also ich finde den Schnitt, den es dann zu Maclaine gab, das war ein Red Vater. Die Trains, die waren nicht unbedingt ein Schnitt, die sind auch sogar parallel dazu entstanden. Ich meine Maclaine, die Schnitt. Aber logischerweise hat man eine Reduziertheit auf den Zug gebracht. Klar, man hat so ein kurzes Zeitfenster und da kannst du den nicht mit 30 Farben hinstellen und da irgendwie ein Gesicht hinfaden, sondern du musst on point kommen und da ist schon wieder die Rückwendung zu, ja, Illustrationsfiguren, zu Comic-Charactern irgendwie gewesen. Also die Sachen, die wir damals gemalt haben, waren ja schon reduzierter, logischerweise. Einfach der Zeitgeschuldet, die man einfach da hat, das Zeitfenster ist ein kurzes. Ja, das war auch schon der Punkt, wo die Akzeptanz unseren Arbeiten gegenüber gewachsen ist. Und gerade auch aus dem Umfeld von den Jungs, die halt irgendwie auf Stahl sich Mühe geben. Ist eine sehr spannende Zeit. Ich hatte heute auf der Fahrt hierher ein Telefonat mit jemandem, wo wir über die Rockaholics gesprochen haben. Ganz genau. Das ist ja dieselbe Generation. Und das war die Zeit, wo diese Konzept-End-to-Ends gemalt wurden. Die ging irgendwann los und die war auch irgendwann wieder vorbei. Ja, das war eine brillante Zeit. Ich meine, das war irgendwie so ein wunderbar durchstrukturiertes Netz von Leuten, die Blick auf die Yards hatten. Und das war so eine tolle Logistik hinterher. Ich war verblufft, als ich damit irgendwie zuerst mal in Kontakt gekommen bin und da irgendwie... Es war ein bisschen wie Hall of Fame malen am Zug. Genau. Ja, ich meine, die haben, Case und ich, wir konnten uns da an eine Kiste stellen und mussten gar nicht nach rechts und links gucken. Da waren andere Leute für zuständig. Die haben uns quasi mitgenommen, hingeführt und wir haben gemalt und durften dann mitgehen. Und das war schon... Die haben uns eine wunderbare Arbeitsbühne geboten, ja. Auf jeden Fall die Art zu malen, wie auf den Zügen und auch die Wände, die ihr schon mal gehalten in der Zeit gemalt habt. Wenn man die sich anschaut, so wir reden jetzt über 97, 98, 99, schon noch ein bisschen so. Und dann gibt es diesen, wie gesagt, für mich, für mein Verständnis, harten Schnitt MacLean. Lass uns mal ganz kurz versuchen zu erklären, was war das Neue an MacLean. Es gab ein Layout auf einer Wand, das es in der Form nie gab vorher, also eine Aufteilung. Es gab verteilte Rollen unter euch vieren, ihr wart zu viert, ne? Und es wurde fotorealistisch gemalt. Fotorealistische Arbeiten wurden damals auch schon angefertigt. Gerade Jena war auch gut dabei. Aber nicht in dem Layout, das meine ich. Genau. Was es für uns, für mich rückblickend, klingt alles nach logischen Schritten. Wenn man fotorealistisch malt, verbringt man eine gewisse Zeit. Und da ist für mich der logische Schritt, wenn ich an eine Wand gehe und dort Zeit verbringe, zu überlegen, wo macht es jetzt Sinn, da die Figur überhaupt hin zu platzieren. Also kam irgendwann dann die Digitalfotografie, die Rechner mit rein. Und wir sind auf James gefahren, haben eine Wand fotografiert, haben unsere Elemente am Rechner rumgeschoben und sind dann mit Ausdrücken an die Wand und haben da gemalt. Die Leute dort haben gedacht, was wird das jetzt? Aber wir haben irgendwie angefangen, uns zu überlegen, wo macht was Sinn? Wie geht man mit Spannung um? Das ist eine Zeit, wo ich irgendwie mit einem Architekturstudium war. Also wo ich mich auch mit Spannung und Dynamik und Proportionslehre auseinandergesetzt habe. Und das war so ein Grund, wie man irgendwie Graffiti-Grafik und fotorealistische Elemente zusammengekriegt haben. Und das war irgendwie ein hoher Kreativprozess, ist vorher am Rechner passiert. Also neben der Ideenphase kam es dann die Rechnerphase und dann die Malphase. Ich stehe mir das gerade so vor, berichtige mich, weil ich war nicht dabei. Die Wand wird im Layout am Rechner gesetzt. Ihr baut die da irgendwie am Rechner zusammen mit den Mitteln, die man damals hatte. Was war das damals? Illustrator? Ne, gab es das schon? Ne, es war schon Photoshop. Photoshop, okay. Genau, aber halt eine schöne alte Version damals noch logischerweise. Und da packst du dann in das Layout, kommt dann mal das Gesicht, irgendwie das Gesicht oder der Zug, wird dann einfach mal so reingebaut. Und dann sitzt man da vor dem Rechner und denkt, wie malen wir das eigentlich? Ne, vorher standen wir tatsächlich mit Schnipseln, mit Ausrissen aus einer Backspin irgendwie, wo ein Breakdancer drauf war. Martha Cooper Fotos in der Hand und haben die alt gemalt. Okay. Genau, also und MacLean wurde es dann komplexer. Wir hatten dann unsere kleinen Brainstorming-Sessions, auch wenn wir es damals nicht so genannt hätten, und haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, was können wir denn malen, was macht denn Sinn für uns? Das waren keine tiefen Themen, da haben wir uns irgendwie nicht mit irgendwie Gesellschaftskritik auseinandergesetzt, sondern es ist für mich inhaltlich im Hip-Hop, im Graffiti geblieben. Und mit der Prämisse, was Graffiti auch jetzt noch ist, bigger, better und mehr, also das waren schon, ich habe es ja als Jungssport gesehen, dass wir einfach ein dickes Ding machen, so blöd es klingt. Genau, und wir haben da immer zusammengesessen und überlegt, was könnten wir denn irgendwie, welche Ideen können wir verfolgen? Da gibt es witzige Squibbles von Tasso oder mir oder Case, wie wir halt diese Sachen zusammengefügt haben und dann daraufhin auch, ähnlich wie in meinen Folgejahren jetzt irgendwie, daraufhin Fotos gemacht haben und die Elemente haben wir dann rumgeschoben am Rechner und geguckt, wie passt denn was zusammen und haben daraufhin die Wende gemacht. Aber, okay, wenn das jetzt nicht so war, dann sag mir doch mal, ob du dich noch erinnern kannst, wie du oder wie ihr angefangen habt, fotoreatistisch zu arbeiten. Ich meine, dass das Simo und so weiter vorher auch schon in irgendeiner Form gemacht haben mit den Mitteln, die damals zur Verfügung standen, das wissen wir ja auch, aber in der Perfektion und wie schnell das auch ging, also es ging unglaublich schnell bei euch. Wir haben uns ja kennengelernt, Tasso auf einer Seite, Case und ich auf der anderen Seite, an einem Punkt, wo wir schon voneinander gewusst haben, der macht krassen Fotorealismus für die damalige Zeit und umgekehrt. Also wir sind uns schon begegnet wie, wir hatten jeweils Respekt voreinander und fanden das toll, was der andere macht und das waren auch schon fotobasierender Fotorealismus für die damalige Zeit, auch auf einem guten Niveau. Aber ich denke, das Wichtige war, dass wir zu dritt uns pushen konnten, dass du quasi deinen, wenn man es auf Competition sehen will, deinen ärgsten Konkurrenten gleich neben dir hast. Tasso macht das geil, du willst es besser machen, so ungefähr. Natürlich haben wir irgendwann festgestellt, jeder hat so seine Schwerpunkte, aber trotzdem lernt man voneinander und man steigert sich. Und dadurch hatten wir relativ schnell ein hohes Niveau erreichen können. Auch in der Richtung, dass wir uns beim Malen abgewechselt haben. Wenn ich gemerkt habe, mir geht da dieses T-Shirt oder die Hand nicht gut von der Hand, dann hat es jemand anders gemacht oder umgekehrt. So, wir konnten irgendwie ran und da war, dort hat sich dann auch schon rauskristallisiert, dass wenn da irgendwie Gesichtsdetails, Augen dabei waren, dass das mein Part war. Also ihr habt auf jeden Fall eindrucksvoll bewiesen, dass mit einer Sprühdose als Tool zu malen alles möglich ist. Das war, glaube ich, das, weil ihr habt es ja bis zur Perfektion getrieben. 1999, 2000, das war damals, das war ja alles zweidimensional. Graffiti war zweidimensional im Sinne von, wie sprüht man ein Piece, ne? Ja, ich denke, wir haben einen Einfluss auf die Szene gehabt. Ja. Wir hatten ja, das war damals in Weimar mein Vordiplom, das McLean-Buch. Publikat hat uns eingeladen, eine Publikation mit uns zu machen, ein Buch mit uns zu machen. Und Montana war da noch mit an Bord. Und für beide Partner war es wichtig, dass wir da irgendwie, dass die noch Mehrwert rausziehen. Und die haben uns gebeten, macht doch irgendwie ein How-To-Part rein. Erklärt da drinnen, wie es funktioniert. Das war anfangs so gedanklich ein Problem für uns. Gibt der Zauberer seine Tricks preis oder nicht? Wir haben uns darauf eingelassen. Und ein Drittel von dem Buch ist ja quasi, wie wir erklären, wie man Schritt für Schritt ein Auge malt oder was man so ansonsten für Tools benutzt oder wie man das und das malt. Und rückblickend ist das zu einem Standardwerk geworden für figurale Maler. Also ich habe jetzt in den letzten Jahrzehnten irgendwie eine Menge Leute kennengelernt, die im Street-Art-Bereich tolle Arbeiten geleistet haben, tolle künstlerische Entwicklungen hingelegt haben, die mir dann aber sagen, du, wir haben mit deinem Buch angefangen, Falk. Oder mit eurem Buch. Genau. Und das zeigt mir, wie gut die Entscheidung war, so ein Part damit reinzunehmen und das zu machen. Und ja, dadurch hat man Leute bewegen können, Szene beeinflussen können. Und wenn ich jetzt nach Spanien zum Beispiel schaue, da kann ich dir auf Anhieb zehn Künstlernamen nennen, die das sofort irgendwie adaptiert haben und das teilweise ja sogar besser gemacht haben dann wie ihr. Also es sind ja wirklich teilweise Künstler dabei, Berlin zum Beispiel, ne? Wahnsinn sind es Künstler geworden. Der hatte anfangs das Klischee, dass er, oder den Stempel, dass er McLean weiter ist. Ja klar. Genau. Aber wie schnell ist er über den Punkt rausgewachsen und großartige Sachen, die er macht, wie auf alle Fälle. Und das ist ja auch dann irgendwie, kriegt Gott Gänsehaut, dass man irgendwie Leute positiv beeinflussen kann damit oder irgendwie Künstlerkarrieren füllen kann. Also ich glaube, dass es Fotorealismus im Graffiti auch ohne euch gegeben hätte, aber ihr wart halt wirklich die Ersten, die gezeigt haben, dass es geht. In der Qualität, weißt du? Ihr seid ja durch die ganze Republik gereist, ne? Dann ging das auch schnell über die Grenzen hinaus. Das heißt, ihr habt sehr schnell nach außen getragen und viele haben über euch innerhalb einer kurzen Zeit geredet. Ja, da war ganz viel Eigeninitiative drin. Ist ja ein riesen Aufwand, ne? Ja. Und? Lass mich das noch kurz beenden. Das, was ihr da gemacht habt, war ja ausgelegt darauf, an einem Tag fertig zu werden. Also gerade Jam-Einladungen, ne? Jam-Einladungen, ja, das waren meistens Tagesbilder oder halt drauf, ja, dem nächsten Tag noch was fertig zu machen oder sonst was. Und das hat sich dann natürlich irgendwann gesteigert. Aber ja, die ersten Dinger waren irgendwie, unsere Gage war Benzingeld. Ja, genau. Und gepennt haben wir irgendwie in der Garage. Also das war eine echt teilweise interessante Art, wie wir dann irgendwie mal Bielefeld im Besetztenhaus gepennt oder Gütersloh oder was auch immer. Also so alles auf Eigeninitiative, um dabei zu sein, um zu zeigen und zu machen. Ja, und dann halt auf diesen Jams, wo dieses, ich sag mal, reguläre Graffiti gemalt wird, da zwischendrin war dann halt auch immer ihr. Und ich weiß es auch noch wie heute, das ist wie bei einem großen Hip-Hop-Festival, der Headliner. Da sitzen halt wirklich alle drumherum und fragen sich gerade, wie machen die das? Das war die Phase, wo es das halt vorher nicht gab. Und das war halt wirklich, und darauf will ich hinaus, eine sehr kurze Zeit trotzdem. Also wir reden über zwei, drei Jahre. Rückblickend, ja, das sind nicht viele, ne? Also wann haben wir angefangen mit MacLean? Das war 2001. Und dann 2004 ging es dann los. Das sind drei Jahre, ne? Dann ist das MacLean-Ding langsam ausgeklungen, ja. Wie blickst du auf die MacLean-Zeit heute zurück? Welche Wichtigkeit hatte das in deiner Biografie? Wichtig, also grundsätzlich ist ja wahrscheinlich für jeden alles wichtig, was er im Leben macht. Egal, ob das jetzt Fehler sind oder irgendwie tolle Sachen. Aber für mich ist es auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Moment irgendwie zu zeigen, dass man was machen kann, Leute bewegen kann, was erfinden kann. Das ist irgendwie, diese Zeit hat mir gezeigt, dass alles möglich ist. So blöd es klingt, genau. Der Grund, warum es wahrscheinlich eine relativ kurze Zeit ist, ist auch der, dass man irgendwann schnell an Grenzen stößt und sagt, okay, kann ich jetzt noch zehn Jahre so weitermachen? Will ich das? In der End-MacLean-Phase hat sich die Illustration wieder, im Gegensatz zum reinen Fotoabmalen, wieder mehr eingeschlichen. Oder das reine Fotoabmalen klingt schlecht, ich meine, das sind ja trotzdem Konzeptbilder gewesen. Aber hat sich die Illustration wieder mehr reingeschlichen, aber trotzdem gab es ja zu einem Ende. Ich muss dazu sagen, jeder in der Crew war wichtig, auf alle Fälle, aber trotzdem habe das Arrangieren der Wand, also den eigentlichen Output, das, was wir als Vorlage an die Wand gebracht haben, habe ich vorher am Rechner entwickelt. Und ich habe dann irgendwann so das Gefühl, dass der Kreativpart schon erledigt ist und das an der Wand ein Abarbeiten ist. Ist sicherlich bei vielen Künstlern immer noch so, wenn die Vorlage ist und die dann abzuarbeiten. Also würdest du die Frage mit Ja beantworten? Naja, wir sind ja im, das ist gerade eine Zeit, wo wir, wo ich auf Hera gestoßen bin und die Herakute-Zusammenarbeit quasi daraus erwachsen ist. Und dort hatte ich gerade, was ich sage, dass die Kreativarbeit am Rechner quasi da abgeschlossen war und das Umsetzen an der Wand irgendwie eine Fleißarbeit war, habe ich dann im Herakute-Kontext festgestellt, dass noch andere Möglichkeiten der Wandgestaltung oder des gemeinsamen Malens möglich sind. Wo man halt mit einer Idee und Elementen, die vielleicht vorbereitet sind, an ein Wandbild rangeht, aber das Ergebnis nicht absehbar ist. Also der Kreativprozess wieder auf die Wand getragen wird. Und das hat mir eine ganz andere Dynamik gegeben, um darauf irgendwie darauf mich zu fokussieren. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich hatte mit Hera im Podcast diesen Moment in Athen, wo ihr zu fünft gemalt habt. Da habe ich zum ersten Mal innerhalb der Crew gemerkt, dass es da Unstimmigkeiten gibt. Aber nicht im Sinne von Streiten, sondern einfach kreative Unstimmigkeiten. Im Sinne von, das habe ich mir aber jetzt eigentlich anders vorgestellt, es wurden Dinge versucht, ausbrechen. Das habe ich da gesehen. Ja, es sind wirklich zwei grundverschiedene Herangehensweisen an die Malerei gewesen. Und die sind auch nicht so ganz hundertprozentig irgendwie miteinander kombinierbar. Athen war sicherlich ein Versuch, so viele weitere Versuche. Es gab ein paar, die auch besser geglückt sind oder wo die Dynamik anders war. Aber grundsätzlich sind es zwei verschiedene Sachen, die auch... Ich habe auch damals gemerkt, nach ein paar Jahren Herakut, habe ich gemerkt, dass es Leute gibt, die Herakut lieben und MacLean hassen und umgekehrt. Also auch in der Rezeption von außen waren das zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau. Und ja, zu dem Zeitpunkt, als dann MacLean sich langsam aufgelöst hat, war auch eine Unzufriedenheit bei Tasso und Case drin, dass sie sich ihre Motive auch nicht vorsetzen lassen wollen. Und dass da auch ein Hunger auf eigenen kreativen Output da ist. Ja, klar. Genau. Und der war so blöd, es klingt ja quasi unter dem Deckel, wenn ich die Motive gemacht habe und wir die zusammen gemalt haben. Was ein Erfolgsrezept war, aber natürlich zu Unzufriedenheit geführt hat. Das ist wirklich schlimm, finde ich. Ich finde, es ist gut, dass das dann auch passiert, so was. Genau. Und das hat ja auch dazu geführt, dass jeder seine Künstlerkarriere erfolgreich weitergemacht hat. Also es ist ja irgendwie, rückblickend ist es eine sehr, sehr malintensive Zeit gewesen. Und ich sehe es mit so einer Band, die irgendwie ganz viel auf Tour ist. Und dann kommt dann schon mal irgendwie, Spannung ist fast zu viel gesagt, aber dann ist es dann auch gut. War ja auch so. Ich meine, ihr wart ja wie eine Band und ihr wart eingeladen in der ganzen Welt. Genau, also da waren Momente, wo wir irgendwie mit dem Reisekoffer von da nach da geleistet haben oder nur kurz irgendwie dreckige Wäsche getauscht haben und dann weiter ging es. Und das war eine sehr reiseintensive und eine sehr tolle Phase. Also das war für mich auch absolut bemerkenswert, dass so was möglich ist. Und da sprechen wir ja von der Zeit, bevor Streetart den richtigen Markt da geöffnet hat. Das war ja irgendwie alles noch Graffiti. Das war ja irgendwie nicht das Funding, was jetzt in solchen Events steckt, sondern das war ja irgendwie vielleicht mal Adidas, der sich da als Partner für eine Veranstaltung irgendwie da reingezogen hat oder sonst was. Können Sie dir vorstellen, dass es nochmal eine MacLean-Wand nach dem Prinzip geben wird? Das wäre ja nicht mehr wie ein Revival, ne? Ja, ja, genau. Also das Ding ist, wir sind alle, jeder für sich so eingefahren auf dem, was er macht. Von daher weiß ich nicht, wie weit jeder der Jungs mich eingeschlossen Rückschritte macht oder Kompromisse macht. Wünschen würde ich es mir, wäre auf alle Fälle interessant, aber wir hatten jetzt so ein paar Versuche, die leider nicht geklappt haben. Also da gab es irgendwie Wände in, es gab ein paar Sachen und aber irgendwie haben wir es nicht mehr geschafft, alle zusammen zu kommen und ich würde es gerne machen, aber mir geht langsam die Hoffnung aus. Aber trotzdem wahrscheinlich in die schöne und wichtige Zeit, ne? Definitiv, ja. Athen, ne? Um da nochmal ganz kurz zu bleiben. Diese Situation, aus dieser Situation heraus, darüber habe ich auch mit Hera gesprochen, ist doch dann Hera akut entstanden, oder? Also jetzt nicht speziell Athen, aber das, was ich da gesehen habe, zwischen MacLean und Hera und Hera und MacLean, also es gab ja eine Interaktion, ist dann ja was passiert, nämlich zwischen dir und ihr, ne? Und bei Case und bei Tasso und bei Rusk, bei euch vier ist dann was passiert. Ihr habt euch in verschiedene Richtungen entwickelt, ne? Ja, du hast das Hera-Kut-Projekt gemacht mit Hera. Case hat angefangen, sich auf... Der hat erst mal die ersten Soloarbeiten, das waren irgendwie verschiedene andere Ansätze erst mal. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis er sich mit Händen auseinandergesetzt hat, genau. Aber genau, ihr habt euch alle ein Projekt gesucht und habt das auch gefunden und habt euch dann damit auseinandergesetzt. Das heißt, das ist der Punkt gewesen, wo MacLean in der Form dann nicht mehr existent war und ihr eure Künstlerkarrieren unabhängig voneinander entwickelt habt, ne? So kann man das doch sagen, oder? Ja, das sind mehrere Komponenten, die für mich andere Arbeit irgendwie, anderer Kreativprozess, der auf die Wand geht, was ich vorhin mit Hera-Kut gemeint habe, ist ein Aspekt. Ein anderer ist einfach, dass wir... MacLean war irgendwie Schul-Uni-Zeiten für uns, aber dann ging das richtige Leben los. Also ich meine, nicht so lange danach war dann Wask Geschäftsführer von der Firma und also wie gesagt, das war dann ein Punkt, wo es schwer ist, irgendwie vier Zeitpläne zusammenzubringen. Was einfach ist, wenn du Semesterferien hast oder Sommerferien oder was auch immer. Und das war ja MacLean, also da hatten wir irgendwie Zeit. Das war ja Uni-Schulzeit, also das ging leicht. Sehe ich das richtig? Oder hast du dich dann erst ab der Hera-Akut-Phase ins, ich sag mal, Atelier zurückgezogen auch mal, ne? Oder gab es das schon zu MacLean-Zeiten? Zum MacLean-Zeiten gab es kein Interesse für Leinwände draußen. Also es gab keine Shows, die sowas gezeigt haben. Ich meine, Graffiti-Ausstellung, das war ja was Exotisches, das hat ja irgendwie nichts mit dem Kunstmarkt, wie er jetzt existiert, zu tun. Auch die erste Hera-Kut-Phase waren Wände. Ich meine, wir hatten unsere erste Ausstellung in London damals, in der, was war es, 2007, in der wir irgendwie nicht mal gewusst haben, wie man uns jetzt irgendwie auf das Format in der Leinwand runter reduziert. Und darum hat der Galerist uns die komplette Galerie mit Holz verkleidet. Er hat gesagt, hier malt alles an und dann wird da halt ausgeschnitten oder sowas. Also es hat gedauert, bis sich ein Markt aufgetan hat. Weil ich meine, Graffiti ist was anderes, da gab es keine Käuferschaft für. Und das ist ja auch das Tolle am Graffiti, dass es irgendwie draußen ist, aus dieser kapitalistischen Welt. Das ist ja irgendwie ohne Verwertungslogik. Das ist ja was anderes. Und erst als so dieses Street-Art-Ding und sich dann Markt geöffnet hat, da ging es ja erst los, dass da irgendwie Leute so ein bisschen was von dem Spirit, der da draußen auf den Wänden ist, auch ein kleines Zuhause haben wollten. Was ja so quasi die Leinwand dann ist. Hat dich das damals überrascht, der große Erfolg? Er hat ja eingesetzt auf den MacLean-Erfolg, den ich auch schon als großen Erfolg gesehen habe. Also MacLean war ja irgendwie unvorstellbar krass, dass man durch die Welt eingeladen wird mit so seinem Hobby, was man so macht. Und es war ein gleitender Übergang für mich zu dem weiteren Erfolg, der im Herakut-Projekt dann quasi da drin war. Aus einem anderen Aspekt raus, dass da dazwischendurch irgendwie Banksy einen neuen Markt geschaffen hat. Also durch den Erfolg dieses Künstlers. Und hat sich ja eine ganze neue Industrie, eine neue Szene entwickelt, neue Wörter entwickelt. Und auf einmal war ich auch nicht mehr mein Graffiti. Glaubst du wirklich, dass man das an Banksy festmachen kann? Ich wüsste nicht, was die treibenden Marktimpulse wären, wenn nicht er. Also er war ja ein Phänomen, was auf einmal da war und enorme Preise, enorme Aufmerksamkeit generiert hat. Und dadurch Events aufgepoppt sind, Museumshows in Norwegen oder was auch immer, die diese Szene gezeigt haben. Das war doch vorher nicht denkbar. Vorher war Graffiti-Side-Projekt. Wir haben auf tollen Festivals gemalt. Aber auf dem Splash-Festival habe ich mich immer so als auch ein Side-Deko-Element gefühlt. Und wahrscheinlich in der finanziellen Relation, was der Rapper auf der Bühne bekommt und der Maler, der da irgendwie sein Bild malt, merkt man auch, wie unausgewogen das vielleicht damals war. Was sich aber mit diesem Streetart-Ding wieder verändert hat. Da ging es ausschließlich um die Kunst und auch in einem ganz anderen Kontext. Also es war etwas anderes. Eine andere Welt hat sich da aufgetan. Das hat sich für dich wahrscheinlich auch erwachsen angefühlt, ne? Ja, es war auch das ein fließender Übergang von dem Jungs-Graffiti zu dem anderen. Es kam zu einem rechten Moment meiner persönlichen Entwicklung. Genau da irgendwie, sich mit dem Begriff Streetart oder mit seiner Kunst, in Anführungsstrichen, auseinanderzusetzen. Ja, weil ich glaube ja mit Terracut und mit ein, zwei anderen Künstlerkollektiven und Künstlern und Künstlerinnen ist ja auch die Dimension gewachsen von dem, was man da malt. Also bis zu dem Punkt zu 2003, 2004 waren das ja immer noch die klassischen Querformat-Wände oder vielleicht mal ein Tick höher, aber ganze Fassaden, ganze Mürls. Ja, ja, also wir haben auch groß gemalt als MacLean, auch auf eigene Regie, bevor wir eingeladen wurden und dann uns technische Möglichkeiten für andere Wände zur Verfügung gestellt wurden. Aber eigentlich hat sich das erst entwickelt. Gut, diese Fassaden, die wir damals in Spanien gemalt haben als MacLean, da waren ja auch Hebebühnen und sowas involviert und dann wurden die Wände auch schon größer. Genau, aber das ist ja, hat ja in den letzten Jahrzehnten Dimensionen angenommen, die nicht mehr sein müssen. Ja, und da wart ihr ja am Anfang des Movements. Ich meine, die Bewegung, die da losgetreten wurde, kam ja trotzdem aus dem Graffiti. Also ich meine, das ist ja nichts, was irgendwie jemand anders losgetreten hat, sondern das waren die Graffiti-Sprüher und Spürerinnen, weißt du, die sich in irgendeiner Form genauso wie du oder Hera oder Case weiterentwickelt haben und die Größe und dann auch dem, das war dann on demand, einfach irgendwann brauchst du auch größere Flächen, um dich einfach zu expressen. Ja, der Gedanke ist auch wieder der, meiner Meinung nach, der Graffiti-Gedanke, bigger, better, also große Dinge zu machen. Aber trotzdem habe ich dann angefangen, als, wie gesagt, dieser Street-Art-Term reinkam, zu gucken, wenn ich irgendwie ein tolles Mural gesehen habe, wie sieht denn das Tag von dem aus? Kommt der aus der Szene? Hat der irgendwie einen Graffiti-Background? Oder ist es jetzt, was ist es, was ich da gerade mir angucke? Also man kriegt dann solche Arten irgendwie die Szene so hinterfragen. Ob jetzt so eine vergleichbare Entwicklung aus der Szene raus dahin gekommen ist oder ob das irgendwie ein neues Phänomen entstanden ist. Also in diesen Jahren so, 2006, 2007, 2008, da kam ja so ein Hype um dieses ganze Genre. Da haben ja Leute irgendwie kleine Stencils gemacht und irgendwie sonst was für abkassiert. Drittbrettfahrer. Die Finanzkrise hat das nochmal ausgedünnt, aber da war viel Zeug zu horrenden Preisen auf dem Markt und überhaupt, es ist ein Markt entstanden. Aber gut, das ist ja klar. Wenn du mit irgendetwas in irgendeine Zeit reinschwemmst, was spannend ist und erfolgreich, ist ja klar, dass dann bei der Kunststudent XY sagt, das finde ich spannend, ich probiere das auch mal aus und dann wird halt auch nicht gesprüht, sondern eben gerollt. Genau. Und genau das ist das, was du meinst, dieses Moment mal, wo kommen die denn jetzt her, oder? Genau, genau. Das sind, ich meine, ich bin der Letzte, der da mit Dortmund anfängt, alleine, weil ich ja selber irgendwie quasi ein schwarzes Schaf in der Graffiti-Szene bin. Aber man ist trotzdem aus eigener Haut raus sensibel dafür und guckt, wo kommt was her, was sind die? Und ich denke auch, durch diesen Beginn dieser Street-Art-Kultur kamen auf einmal dann doch noch Leute mit einem akademischen Background und einem Kunst-Background da rein. Wie du es vorhin gesagt hast, ist ja so der Künstler, der aus dem Graffiti rauskommt, ein Autodidakt, der hat sich das ja irgendwie selber beigebracht und selber irgendwie seinen Weg erfunden. Aber es gibt ja auch andere Arten, Kunst zu lernen. Genau, und so ist ja dann irgendwie das, was wir jetzt gerade sehen, zustande gekommen. Eine bunte Mischung aus allen möglichen. Als ich dich eben gefragt habe, ob dich das überrascht hat, der große Erfolg, damit meinte ich auch finanziell, weil ihr wart wirklich einer der ersten Künstlergruppen, die ganz gutes Geld damit verdienen konnten. Ja, das war auf alle Fälle, also ich muss dazu sagen, auch in dem damaligen Graffiti-Feld gab es ja auch Geld zu verdienen. Mit Aufträgen? Nicht mal nur die reinen Aufträge, wir haben irgendwie Designs für Klamotten-Brands gemacht. Also solche Sachen. Wir haben für die Stadtwerke in Erfurt irgendwie ihre Stromkästen gemacht. Es gab ganz viele Möglichkeiten. Also da war auch Geld drin. Also man musste kein Barfach machen, man hat irgendwie Geld verdient neben seinem Studium mit dem, was man halt kann. Also die Skills, die ich mir um ein Wandmotiv irgendwie am Rechner vorzubereiten, konnte ich auch einsetzen, um irgendwie Textildesigns zu machen. Genau. Aber wie gesagt, dieser neue Markt, das war ganz aufregend. Also diese Zeit damals, wir hatten irgendwie Sold-Out-Ausstellungen in London. Also wir haben irgendwie unsere zweite Ausstellung in London, wir haben angefangen für die Ausstellung zu malen, als unser Galerist seriöse Kaufinteressen für die nächsten Arbeiten hat. Also eigentlich haben wir angefangen zu malen, als die nächsten 20 Arbeiten von uns schon verkauft waren. Also ganz verrückter, riesen, komischer Hype. Also da war so viel Wooling in der Szene, das war irgendwie sehr, sehr exotisch. Also ich denke auch, dass es meine bis dahin, das ist ja trotzdem eine Dekade, bis das losging, fleißig in Arbeit geschuldet ist, dass ich da irgendwie keine Höhenfliege bin oder wie komisch geworden bin da raus. Genau. Dieser Hype hat eine Weile angehalten, bis dann die Finanzkrise den Markt wieder gesäubert hat. Also da war es dann irgendwie normalere Preise und realistischere Kaufinteressen und sowas. Und man wurde nicht mehr zu einem Spekulationsobjekt. Also man hat damals schon irgendwie so Kontakt zu einer Szene gehabt von Sammlern, wo du wusstest, die kaufen dich, um deine Wertsteigerung in der nächsten Zeit zu beobachten, um dann vielleicht für den nächsthochpreisigern das wieder zu verkaufen, um denen sich dann zu leisten und was auch immer so. Also es ist teilweise ein unschöner Markt und aus dem Gefühl ein, das sind jetzt auch wieder hässliche Worte, ein Dekorationsobjekt für die Upper Class zu machen, kommt auch so der innere Wunsch, was Gutes zu machen mit dem. Also das reflektiert, was macht dein Leben? Bist du jetzt Deko für Leute, irgendwie für wohlhabende Leute? Aus dem Gefühl raus ist auch die Zusammenarbeit mit diesen NGOs entstanden, dass man doch mit Kunst was anderes machen will, was anderes machen will, ja, helfen will. Ich glaube auch, die Zusammenarbeit mit den NGOs war auch die Zeit, als das dann losging und das habt ihr dann wirklich auf die Spitze getrieben, viel größer und größer und größer malen. Also ihr habt viel mehr Murals auch danach und mit den NGOs gemalt. Davor war das, habt ihr euch oft im AT eingeschlossen, weil ihr die und die Ausstellungen fertig machen musstet und so weiter, oder? Zumindest habe ich euch so kennengelernt. Das war auch die Zeit, wo ihr viel Druck hattet und viel fertig werden musste und das muss man ja auch erst mal lernen, damit umzugehen und so weiter. Ja, gelernt haben wir nie, damit umzugehen. Druck war immer da. Es gab immer die Phase mit unglaublich großen Wänden auf Festivals. Das wurde immer schlimmer und immer kürzere Zeitfenster, um Ausstellungen vorzubereiten. Also es ist schon eine Zeit gewesen, ohne Atem zu holen. Auf was ich hinaus wollte, waren die Murals. Also die Phase mit den Murals ging ja erst nach Jordanien, ging die so richtig los. Die ganz großen Dinger, die kamen dann so ab 12 bis 16, so war das so die Phase, wo man gedacht hat, ey, schlaf dir auch mal. Ja, da waren ordentliche Klöpper ran. Da war das Giant Story Project. Genau, das war eine Phase, die irgendwie große Wände als Output irgendwie zur Folge hatte. Aber auch danach kam noch einiges an großen. Ich meine, wir haben ja in Tegel irgendwie einen 14-Geschosser gemalt, in Moskau einen 18-Geschosser. Also das waren irgendwie Wände, die eigentlich keine vertretbare Größe mehr haben. Also diese Moskau-Wand war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich da gesagt habe, das muss jetzt nicht mehr sein. Da habe ich in anderthalb Tagen die komplette Wand vorgesquetscht. Hera ist nachgereist, aber als sie gekommen ist, war die Figur schon vorgezogen auf diese 18 Etagen, der Realismus schon gemalt. Ich dachte, was ist, also auch die anderen Leute auf dem Festival haben gedacht, was macht der, wieso ist denn der so schnell? Also da habe ich mir gedacht, das ist zu viel, so viel Energie muss ich da nirgends nicht mehr reinstecken. Also das ist, war mir too much dann, ja. Ist das wiederum ein Grund, warum du dich dann wieder ins Atelier zurückgezogen hast und jetzt auch da, ne, Inside, wir hatten es vorhin, jetzt da stehst, wo du jetzt stehst, ist das auch ein Punkt, warum du gesagt hast, es ist mir zu viel Rock'n'Roll, ich brauche mehr Ruhe, ich will mich auf Porträts konzentrieren, etwas mit, was du ja angefangen hast eigentlich? Genau, tatsächlich gucke ich jetzt ja gerade auf zwei Jahre, in denen ich irgendwie von der Teamarbeit abgesehen, mich auf mich wieder fokussieren kann und das ist gerade eine ganz spannende Zeit, die wahrscheinlich Corona-bedingt auf nicht so vielen Fassaden passiert, also ich habe ein paar, waren doch schon größere Wände, aber versucht nicht solche Riesen Fassaden zu malen, aber primär versucht mich auf Kleinarbeit mit mir auseinanderzusetzen, zu finden, rauszufinden, was ich bin. Weil, wenn man über so lange Zeit immer nur im Kontext von einer Gruppe arbeitet, geht einem fast so ein bisschen das Gefühl verloren, was ist denn jetzt so die einzelne Essenz von mir, die er überall drin gesteckt hat, aber jetzt will ich der richtig auf den Grund gehen und da bin ich jetzt gerade an dem Punkt, genau. Das Schöne an den Karrieren von Sprühern und allgemeinen Graffiti-Künstlern aus den 90ern ist ja, dass das alles nie geplant war, weißt du? Und jede, mit denen ich rede, die stehen heute da, ohne dass sie jemals irgendwie den Plan haben, dass sie da stehen wollen. Das ist so organisch passiert. Ganz genauso. Tatsächlich habe ich dem auch nie getraut. Zu Schulzeiten habe ich gesagt, nee, ich muss Abitur machen, damit ich irgendwas Kreatives machen kann, weil das Malen macht mir Spaß. Ich muss irgendwie was, eine Auswahl haben, dass ich mir irgendwas aussuchen kann, was vernünftig ist, wo ich irgendwie denke, ich kann da was anderes machen, außer irgendwie, man hat ja als Kind verschobene Vorstellungen von der Berufswelt. Jedenfalls dachte ich, da muss irgendwie mit Universität irgendwie da noch was gehen, dass ich irgendwas Cooles später machen kann. Als dann in die Zeit kam, um mich für einen Studiengang zu entscheiden, habe ich mich dann für Architektur entschieden, weil ich dachte, okay, gut, das ist kreativ, das ist für mich so das BWL der Kreativen. Und im Architektur-Studium haben dann die Profs gesagt, du bist ein Maler, geh zu einer Kunstuni, mal. Dann habe ich mich umentschieden, habe ich mich, in Anführungsstrichen, auf die gehört und habe gesagt, okay, gut, dann gucke ich mal, an welcher Kunstuni ich mich bewerbe. Habe mich beworben, bin genommen worden, habe mich aber nicht für freie Kunst, sondern für visuelle Kommunikation entschieden. Und auch da ein Zeichen dafür, dass ich der Kunst nicht getraut habe, sondern dass ich auch was Angewandtes haben wollte. Aber während des Studiums hat sich die Dominanz von Kunst oder von der Malerei in meinem Leben hat sich so gefestigt, dass ich meinen Eltern zuliebe das Diplom halt noch gemacht habe. Aber eigentlich war es da schon klar, das ist jetzt ein anderer Weg. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem, was ich geplant habe zu tun, sondern das ist jetzt die Karriere, die mich nimmt. Also das ist, wie du sagst, ist wie bei vielen Kollegen über die gekommen. Weil wenn man sich deine Karriere oder deine Biografie bis heute anguckt, kann man da schon so ein, zwei Umwege sehen, die hätte man vielleicht nicht nehmen müssen oder vielleicht hätte man das so anders machen können. Das sind ja aber so Dinge, auf die du besser blickst als ich. Aber ich finde, du stehst jetzt an dem Punkt, an dem du schon hättest früher stehen können. Ja, ich blicke jetzt auf zwei Jahre Soloarbeiten zurück mit einem ähnlichen Gefühl, wie ich auf die erste Zeit von MacLaymer, die erste Zeit von Herakut geblickt habe, wo man halt blind mit dem, was einem zur Verfügung steht, probiert, spielt und was erfindet. Also wir hatten es vorhin kurz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt so diesen Ansatz, dass der Profi, der ist, der eine Sache ausgefeilt, zu einer Perfektion bringt, aber der Amateur, der ist, der Sachen neu erfindet. Dieses blinde Stolpern und Entdecken, dieses Spaß an sowas, das ist das, was ich jetzt an einem Punkt für mich habe, an dem ich trotzdem eine gewisse Reife reinbringen kann und diese spielerischen Aspekte anders wertschätzen kann und auch mit einem anderen Intellekt vorantreiben kann. Und das ist eine interessante Sache, das ist ein erwachsenes Kind. Das ist irgendwie eine total spannende Zeit, auf die ich gerade gucke, ja. Naja. Gerade wenn man sich Andere Skin heißt, eine Serie, die du gemacht hast, ich glaube vor zwei Jahren. An der bin ich auch gerade dran, die hatte ich jetzt bei der letzten Paris-Show, die ich im November hatte, war das ein hoher Teil der Arbeit, die ich da gezeigt habe, genau. Und das sind formale Studien, in denen ich ausprobiere, was ist es, wohin ziehe ich meinen Fader, welche Techniken mag ich zu kombinieren, wo ist mein Fokus, was will ich zeigen, was bin ich? Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die Phase, wo er wirklich alleine arbeitet, wo er wirklich sagt, okay, weil du bis dahin war deine komplette Karriere geprägt von Kollaboration. Da hatten wir schon am Anfang, MacLean ist eine klassische Kollaborationsarbeit gewesen immer. Und Heracute ja auch irgendwie. Klar hat man immer mal so hier und da eine Fotoserie von dir gesehen, aber ich habe gedacht, das ist jetzt die Phase, wo er sich als Solo-Künstler festigen will. Und jetzt kommt Inside. Ja, der Austausch ist wichtig. Ich meine, du hast das Video auf dem Schirm, was ich in dem ersten Jahr des Lockdowns gemacht habe, wo ich ja auch aus der Einsamkeit ein Stop-Motion-Video mit zwei Dutzend Künstlern zusammen gemacht habe. Dieses Morph, der durch die ganzen Studios geht. Sehr schönes Trink gewesen. Dankeschön. Aber das ist, ich bin ein sozialer Mensch und ich mag die Interaktion bis zu einem gewissen Punkt, genau, und es macht mir Spaß, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und das bringt auch so eine gewisse Zufallskomponente mit rein. Wenn ich selber alleine für mich male, bin ich der Herr meiner Dinge, aber es macht Spaß, in Dialog zu treten. Das ist wie so eine Jam-Session. Man reagiert auf das, was der andere Musiker macht. Und wenn ich von der Claudia, von der Mäzine, eine Leinwand drauf habe und drauf male, ist es ja immer noch in meiner Hand, wie ich auf sie reagiere, auf das, was ich da in der Hand habe. Ob ich in, Storhead war auch einer mit Künstlern, mit denen ich kollaboriert habe, brillanter Künstler. Wie ich damit umgehe, wie ich im Dialog treten kann damit. Und das ist eine Sache, die spannend bleibt. Und die will ich mir auch erhalten. Ich verstehe den Künstler, der seine eigene Karriere einzeln für sich macht. Aber das Zusammenspielen, die Interaktion ist toll. Also das mag ich sehr. Ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel Hip-Hop und Graffiti der 90er drinsteckt in dem, was du da machst. Vom Geist, vom Spirit her. Man arbeitet zusammen mit Leuten. Das Netzwerk, wenn ich sehe, wen du da alles in so kurzer Zeit gewinnen konntest dafür, das hätte niemand einfach so mal geschafft, wenn du nicht aus der Bewegung kommst. Du hast ja ein extrem starkes Netzwerk innerhalb von 20 Jahren geschaffen. Und das zieht dann halt auch ganz schnell, wenn man mal so ein Projekt umsetzen will. Also Story zum Beispiel. Ich habe einen Namen gesehen, wo ich dachte, krass. Ja, und auch mit dieser, es wird nicht mal einen hundertprozentigen Fokus bekommen. Also ich will auch weiter einzelne Arbeiten machen. Nichtsdestotrotzum auch schon die nächsten Kollaborationen auf Leinwänden geplant. Und ich bin gerade im Austausch mit Künstlern, wie wir die Logistik machen. Und wer als nächstes eine Leinwand anfängt, möchte noch nicht über ungelegte Eier sprechen, aber es geht weiter damit. Genau. Also Kollaborationen wird für dich immer ein Thema sein, oder? Genau, also diese Serie werde ich erst mal weitermachen, die Inside-Serie, in dem ich halt mit Künstlern auf einer Leinwand kollaboriere. Okay. Aber trotzdem parallel auch an meinem Output arbeite, auf Leinwände, Einzeloutput, ja. Wie ist dein Status als Fotograf? Wird es da nochmal was geben? Also, eins befruchtet das andere. Also diese letzte Ausstellung, die jetzt noch gerade läuft in Heidelberg, diese Inside-Ausstellung, hat ja den Schwerpunkt der Fotografie. Die malerischen Kollaborationen sind ja quasi für mich so nur noch eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema. Und die Serie wird als Fotografie-Serie weitergehen und was als nächstes mit reinkommt, werde ich sehen. Also es ist offene Augen und gucken, wie was passiert. Wir hatten es doch schon, wie deine Karriere bisher verlaufen ist. Eben genau so. Genau. Mal schauen. Und wie halt der World is Upside Down sich gleich in der Fotoserie dreht. Wer weiß, was nächste Woche jemand zu mir sagt. Wer weiß, was wir beim Verabschieden sagen und mal gucken, was daraus wird. Keine Ahnung. Also das ist ja alles immer möglich. Das ist das Schöne. Lass uns nochmal ganz kurz über Inside reden, weil wie gesagt, das ist noch eine Weile geöffnet. Wo genau kann man das sehen und was erwartet uns dort? Weil mir ist auch nicht ganz klar, was mich dort erwartet. Ich habe jetzt nur ein paar Fotos gesehen und so richtig klar ist mir das nicht. Ich habe da ein, zwei Mirals gesehen. Es gibt dort ein großes Wandbild, was ähnlich exotisch entstanden ist wie die Leinwände. Der Kate aus der Schweiz, Typografie-Maler, hat dort quasi eine erste Schicht aufgetragen und ich habe quasi sein Porträt drüber gemalt. Auch eine Fassade irgendwie achtmal 14 Meter, also durchaus im Innenraum imposante Arbeit. Weiter gibt es dort vier Leinwand-Kollaborationen, eine mit Kate zusammen, eine mit Storhead zusammen, mit der Julia Benz und mit der Matt C, in denen ich auch quasi auf deren Arbeit ihre Porträts drüber gemalt habe, die aus dem Impuls der eigentlichen Inside-Serie, der Fotoserie heraus entstanden sind. Mittlerweile 80 arbeiten, die alle 80 zeige ich dort in klein und 25 ausgewählt in größerem Galerieformat. Das ist quasi so der Umfang der Ausstellung. Und dann ist eine wichtige Ebene für alle der Beteiligten die Frage, how did you became unique? Einfach auch in Hinsicht auf eine mögliche Publikation wollte ich irgendwie von den Künstlern diese eine Frage beantwortet haben und habe jetzt hinblickend auf ein späteres Buch den Content zusammen, wie, ich werde nicht alle einen kassieren, aber viele von diesen Künstlern quasi das Rezept geben, wie sie es denn geschafft haben, ihre eigene Bildsprache zu entwickeln, wo der Knackpunkt in ihrer Karriere war, sich selbst zu sein. Und auch das gibt es dort zu sehen. Okay, wie viele von denen können dir das sagen? Antworten habe ich von vielen, von One habe ich irgendwie vier auf vier Seiten. von einem Chess von London Police einen halben Satz. Genau, und da bin ich gespannt. Ich bin weiter am Einsammeln und weiter am Machen und mit ein bisschen Glück werde ich vielleicht noch dieses Jahr eine Publikation mit diesen Porträts und diesem Content hinbekommen, der im Idealfall ein gutes Fotobuch ist von der einmaligen Fotoserie mit dem Content, der vielleicht dafür da ist, irgendwie ein Recipe Book für junge Kreative sein zu können. Falk, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Ich habe noch eine Bitte. Du kennst unsere Podcasts oder meine Podcasts? Also eigentlich würde ich gerne ein Interview mit, würde ich Smash, Smash137 hören. Einfach, weil ich irgendwie, er ist ein Outstanding Künstler als Graffiti-Maler und er hat jetzt noch eine ganz andere Karriere, eine ganz andere Bildsprache in einem ganz anderen Segment eingelegt. Und dazu würde ich gerne, und ich denke auch, deine Audience würde gerne davon mehr hören. Ja, also ich denke, als Partner zu dem, was du mir jetzt die letzte Stunde erzählt hast, ist das sehr, sehr spannend, weil er einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat. Anders natürlich, aber dieses Einbrechen in Kunst, Markt, Strukturen und so weiter, das sind ja alles dieselben Prozesse, die ihr durchlebt habt. Und die Ergebnisse sind aber auch völlig verschieden. Das ist super interessant. Das werden wir mal, werde ich mal, wird passieren auf jeden Fall. Ich bin gespannt drauf. Cool. Ansonsten Instagram akut. Instagram ist akut underscore herakut und Website ist akut one, akut eins, die Zahl, dot com. Da bekommt man alle Informationen, die man braucht, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ganz genau. Deine aktuellen Projekte, et cetera, oder halt bei uns, bei uns. Genau. Vielen Dank. Bleibt gesund oder bleibt gesund. Danke, ebenso. Danke. Bis zum nächsten Mal und das wird es auf jeden Fall geben. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.